Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu dem Minecraft Mini-Spielen. Ja. Wir spielen ein wenig Little Kingdoms, also auf der Map Little Kingdoms. Nämlich hier schon ein bisschen Bad Wars oder auch Rush auf dem Server. Das, dem sie Serverraten in der Beschreibung. So, in einer Sekunde geht's los. Ähm, ja, was können wir jetzt eigentlich mal so bereden, was können wir bereden, ja. Wir haben eigentlich nicht viel bereden, da schaut einer mit, okay, dann schreibe ich immer mal ganz schnell. Jo, so, ähm, was, also ich spiele gerade auf der neuesten Version 1.3, aber natürlich ohne Optifine, im Moment, weil es noch nicht draußen ist. Und, äh, die Neuheiten, erstmal dazu zu sagen, es gibt ja 1.8.2, jetzt auch noch 1.8.3 und vorher haben wir die ganze Zeit nur auf 1.8. oder, äh, 1.8 oder, also 1.8.0 oder 1.8.1 gespielt, aber, ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Wir spielen es auf einfach der neuesten Version und, äh, ohne Texture Pack, weil ich finde, das ist so am besten. Die Neuheiten ist eigentlich, man, äh, ab der 1.8 wurde sogar die Grafikkarte angezeigt, da sieht man es am, die Raiden R9 200 Series. Also, da müsste es eigentlich 72X stehen, aber der drüben steht, und da drüber steht auch nochmal, der Prozessor, CPU, 4x, Intel Core, E5, 440 und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, das ist eigentlich das, was wir am Anfang, äh, etwas zu haben. Auch, ich habe gar nicht Sachen untergeschossen. Äh, verdammt, wir wollen zwar ein bisschen Eisen, ähm, und noch mal ein bisschen Bronze für ein bisschen Rüstung und ein paar Blöcke. Und, ja, ich hoffe, wir reißen die Runde heute, äh, wir holen uns mal ein bisschen Lederrüstung, zack, zack, und dann gleich nochmal, ähm, eine Chestblade oder L1. So, schnell anziehen, so, und dann nochmal ein schönes Schwertchen auf die 1, um die Spitzeuge auf die 2, und dann nochmal die ganzen Blöcke, und dann geht's los. Oh, wir haben schon ein bisschen Hunger verloren, das war scheißegal. Ähm, der Riesman-Block von Road wurde zerstört, ne, heißt, ähm, übrigens, hier gibt's kein Bett, sondern den Block, den brauche ich mal ein bisschen ein. Ich muss auch nicht abbauen, und der dauert ziemlich lange, das ist normaler Dia-Block, und der dauert ziemlich lange, das heißt, man braucht eigentlich mindestens eine Steinspitzsacke. Äh, der kann man, okay, das ist auch noch nicht, kann man tauschen. Ähm, ja, kurz, dann gehen wir mal hier hoch, wir machen mal die kleine Kran-Technik. Wir machen mal einen hoch, und bauen wir uns einfach mal da hin. So, der eine geht schon vor. Oh ja! Der Team Blau, Alter. Alter, schmeckhaft, hier. Was schon, glaube ich denn da? Hier, schmeckhaft. Oh, ich bin tot. Äh, doch von mir. Äh, gehen wir noch ein bisschen zu Eisen. Dann, hier ist nur eins gespawned, da wollte ich mal bis die nächste da ist. So, warte mal ganz schnell. Gib mir Silber, ne, hab selber keins. Also, ich hab zwar zwei jetzt, aber, okay, da gehen wir schon mal raus, da kann sich's ja eines holen. Wir haben halt für ihn keins. Also, selber müssen wir uns erstmal ausrüsten, und wir finden wir halt, wenn ich die Brüste haben, dann kann man es ihnen geben. Äh, ne, gehen wir raus da, das brauche ich jetzt mal so hier. So, ich hab übrigens, äh, auch nur auf 16 Chance, das kann ich mal ein bisschen höher stellen. Auf hell, ähnliche Auto, aus, und lass mir hier auf Maximum. So, zack. Äh, wir spielen ohne Tech-Shop-Pack, das ist eigentlich ganz wichtig, weil eigentlich, ähm, ich mag's eigentlich mehr, ähm, ohne Tech-Shop-Pack. Weil, äh, früher, ich bin eigentlich dran gewöhnt, denn früher konnte man sich wirklich an unserem alten Gebüter nicht leisten. Aber wir konnten es schon leisten, aber, äh, nicht mit so einer hohen Auflösung, das sähe dann auch scheiße aus. Und, ähm, ja, deswegen, äh, spiele ich jetzt einfach ohne, weil ich finde, ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, ey, aber ich weiß es genau, ob es wie ein Kommentar war oder mir so gesagt habt, ähm, dass ich lieber ohne spielen soll. Und Elektro-Kraft, das ist schon, ja, habe ich schon ein paar Folgen verproduziert. Ähm, deswegen ist es damit Facts, wieder. Oh, ich bin tot. Lauf von mir. Ähm, und deswegen gibt es einfach in den Minispielen, die sind ja immer die neuesten Folgen, die wirklich, die ich aufnehme. Das ist wirklich eigentlich am selben Tag eigentlich aufgenommen. Und, äh, jetzt habe ich wohl immer das Eisen hier. Und dann ist es einfach besser. Das ist einfach besser, eigentlich. Äh, da kann man, da kann man aber nichts gegen sagen. So, jetzt rüstern wir uns mal ein bisschen aus, dass wir gleich mal irgendwie ein Team zerstören können. Ich würde, glaube ich, mir erstmal jemanden sperrt holen. So, das wäre vielleicht schlau. So, und dann, man, die Spitze, das ist ganz wichtig. Haben aber nicht mehr so viele Blöcke. Nur 28, das reicht eigentlich nicht. Du bist aber auf die drei. Dann laufen wir mal Richtung Mitte, um da was reißen zu können. Da oben baue ich schon einer hoch, da kommt einer. Vielleicht hätte er eh eine Blockade angeschmissen. Aber wenn er so dumm ist zu springen, tut's mir leid. So, der Rote geht zu den Grünen, das ist mir recht. Da kann er gerne hingehen. Noch einmal ein bisschen, ein kleines bisschen Husten. Entschuldigung. So. Die Brot ist raus, okay, der ist schon mal gestorben. Das ist aber eigentlich total egal für uns. Ich versche mal durch. Vielleicht muss ich jetzt mal den töten. So, da schnappe ich mir direkt bei den Respawn-Block. So, jetzt. Zack. Und für den besten Einbau, ich habe nicht mehr viele Herzen. Dann kriegen sie mich nicht mehr. So, ich mache schneller ab. Ja, dann seht ihr, wie lange man braucht mit der Olschbezeuge. Stein, das ist viel schneller. Ich glaube, ich hole mir gleich auch eine. Der Respawn-Block ist zerstört worden. So, jetzt sterben die erstmal alle. So, One-Hut. So, der da hinten, bitte auch mal. Oh, da hat sich gerade viel geportet. So, der da hinten mit dem Kaufen. Ja, kauf schon einen, dann stirbst du nämlich. Ob nur noch vier Herzen, das soll ich vielleicht nochmal korrigieren. Ich habe nur noch einen Silber, okay. Vielleicht könnte ich dem anderen irgendeine schöne Brustplatte oder so kaufen, weil da hat noch keiner. Oder warte mal, ich tausche dir einfach zu meiner aus. Hä, da hat er die schlechtere. Gut, ähm, um jetzt mal ein bisschen essen. Dann können wir mal wieder rengen und dann danach am besten auch Blöcke. Das Essen gibt es hier bei den Bows. Das ist nämlich auch ein anderes Plugin. Nicht so wie auf Gomme oder auf Craft Games, wo wir auch schon mal drauf gespielt haben. Ne, das ist ein anderes. Aber hier gibt es zum Beispiel auch ein Siebener Schwert. Und, äh, wir haben uns gerade mal das Dreier gekauft. Hier hoch, noch ein Block, thanks. So. Der hinten ist einer, ich komme nochmal zur Hilfe. So, 0 Herzen verloren. Komm ich immer hinten mal zur Hilfe. Ja, da steht AFK rum. Dann halb ich dem mal. Ne, du tauschst jetzt kein Gold ein. Das ist wieder eure Zollung. Voll schon sein, ganz schön was essen. Ich brauche mal kurz den Weg ab. Aber der hat es trotzdem geschafft. Er ist hier tot. Brauche ich mal ganz schön da oben. Der ist zwar AFK. Ahne, jetzt nicht mehr. Äh, nochmal ein Hust. Ja, ich hoffe, dass das jetzt mal ausgehustet. So. Der tötet die alle mit seinem Bogen. Oh, ich werde auch schon abgeschlafen. Ja, apropos Bogen, ne. Oh, noch ein Fall. Vor meiner Blockade. Ob der unten auch Hilfe braucht? Ich glaube nicht. Gehen wir mal runter. Ein bisschen Herzanforderung. Das ist nicht so wirklich viel. Oh, da kriege ich schon verschaden. Also ich gehe, glaube ich, mal, äh. Ich glaube, zu rot gehe ich mal. Da müsste ich eigentlich zur, äh, am besten Respawn sein und holst mir mal die beste Chestplate. Und vielleicht mal das 7er-Sperr und vielleicht auch mal eine bessere Spitzhacke, die für Eisen. Weil da müsste jetzt eigentlich ziemlich viel Eisen, äh, gespawnt sein. Und dann können wir noch das Snacken irgendwie bestimmt so 10 Stück oder so. So, der, der braucht keine Hilfe. Perfekt, der tötet alle. Ja, hier ist kein Respawn-Block mehr. Oh, das ist ja raus. Schon bei so 5 Millionen, ach, 3 Minuten oder so. So, jetzt Snacken wir uns mal was Eisen. Oh, sogar 1,20. Nein, nein, heißt, komm, ist ja, oh, 22. Können Sie alles, alles hier es merken. Also mal, das beste Schwert. Die beste Brustplatte. So, da sehen wir uns auch schon. Hier gibt es auch noch eine bessere. Die Eisen, schusssicher und Haltbarkeit 2. Hör aber keinen Schutz drauf, aber es ist dann genauso gut. Also, ja, ist halt egal. Geht nicht mehr darüber. So, wir haben mal eine bessere Spitzsacke. Und dann, äh, investieren wir noch mal ein bisschen in den Blöcke nehmen. Ich bin jetzt, sondern, oh, man Respawn-Block ist zerstört worden. Das ist ja, seht ihr es mal. Respawn-Block ist zerstört worden. Es juckt mich nicht, denn, äh, ich tötete die auch dann und dann, äh, wenn wir nicht sterben. Also, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht besterben. Wenn und wenn du deinen Respawn-Block nicht mehr hast, dann heißt es nicht, dass du direkt tot bist. Sondern, das heißt, äh, dass du nicht mehr Respawn kannst. Das heißt, wenn du tot bist, bist du tot. Ne, äh, wie zum Beispiel bei Hardcore oder so. Und es wird uns aber nicht mehr jucken. Wieso schmeiß ich die weg? Ähm, es wird uns nicht mehr jucken, denn ich hole mir jetzt nämlich auch den Respawn-Block. So, weil, wo bin ich denn hier gerade? Hä? Wieso ist der Upgrade? Ach, ich bin bei Blau! Ach, ich schlau. Komm, ganz schnell dahin. Ganz schnell laufen, 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 laufen. Laufen, laufen, laufen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Na, jetzt haben wir so, jetzt hier. Du bist jetzt eh tot. So, ich kann schon was essen. Und dann, drüber. Das ist nicht, nur sehen wir uns nicht. Ey, Zauner, Alter, du bist so ein guter Teampartner. So, drauf. So, die haben zwar einen Bogen, aber der tut jetzt erstmal viele. So. Nein, 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 erstmal tot. Oh, ich bin wirklich nur untergeschossen. So, jetzt geht's viel schneller. So, dann ist ein Block von Grün wurde zerstört. Weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Erst mal ein bisschen Regen. Na, bauen wir uns mal nach oben am besten. Oder gehen wir so drauf. Wenn ich, der einer von uns ist jetzt tot, das ist aber egal. Ich brauche mal den Weg ab. Da kommen sie erstmal nicht mehr. Aber das sind jetzt drei gegen zwei. Also, wir sind eben klaren Vorteile. Also, ich bin jetzt auch wieder fast vollgereckt und habe die besten Sachen, die man sich verkaufen kann. Außer halt einen goldenen Apfel, der wäre halt auch geil gewesen. Für zwei Eisen kosten die, glaube ich, oder Gold, oder so. Ich habe keine Ahnung. Manche was essen zum Regen. Und dann mal die schöne alte Kran-Technik. Brauchst mal nach vorne. So, jetzt müsste es aber auch bald zu Ende sein. Noch so eine Minute oder zwei Minuten haben wir uns gerissen. Wenn wir nicht vorher schon gestorben sind. Also, wir haben es jetzt hier noch nicht geschafft. Aber wahrscheinlich ist es eigentlich schon klar. So, wo ich mich mal hier... Oh, der hat mich gesehen, die Scheiße. Warum lang? Ich springe es aufs Dach. So, mein Kopiezer kommt mit. Und jetzt. Bäm. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet, yes. GG. Mit zweieinhalb Herzen. Oder auch, ja, zweieinhalb Herzen. Haben wir es gerissen, Leute, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes bei Microsoft Mini-Spiele machen soll. Und so weiter und so fort. Ähm, ich springe mal ganz schön mal ein bisschen die Sachen wieder runter. Weil ich muss ja nicht so schöne Grafikeinstellungen haben. Wenn ich Optifine nicht drin habe. Ich mache das ja nur für euch. Damit ihr schöne Videos habt. Äh, so. Dann. Ähm. Ja, ich habe alles gesagt. Und dann lasse ich vielleicht noch mal an. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.